Hey Freunde, heute eine wirklich große und schwere Batterie, also für das Kaliber meine ich jetzt, 16 Schuss, ist die Hot Rod von Leslie. Ist eine Pyromult Batterie, hat fast 190 Gramm NEM und wir liegen preislich bei 7,77 Euro. Gekauft wurde sie, glaube ich, im Petz, ja genau, im lila Petz und dann sehen wir uns gleich draußen zur Zündung der Hot Rod. So Freunde, jetzt die Pyromult Batterie Hot Rod. Schauen wir uns mal an das Ding. 7,77 Euro. Also für eine Pyromult Batterie echt nicht verkehrt, Freunde. Auch wieder hier eine Daumen hoch. Schalacko! 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 Untertitelung des ZDF, 2020